Eine sanfte, strahlende und gleichmäßige Haut ist der Wunschtraum vieler Frauen. Ganz egal in welchem Alter, im Handel gibt es verschiedenste Kosmetika, mit denen Alterungserscheinungen wie Falten hinausgezögert oder abgeschwächt werden können. Viele Frauen geben große Summen aus für Cremes und Lotionen, um ihre Schönheit zu erhalten und der Wirkung der freien Radikalen vorzubeugen. Doch es gibt auch natürliche Hausmittel, die sehr effektiv sein können und ähnliche Wirkungen erzielen, ohne dafür viel ausgeben zu müssen. Gleichzeitig sind diese Hausmittel umweltschonend. Heute empfehlen wir dir 5 ausgezeichnete Behandlungen, um die Haut in ein paar Wochen zu verjüngen und schön zu pflegen. Lies weiter, um diese Alternativen kennenzulernen. Zitronensaft enthält 4 Vitamin C und wirkt stark antioxidativ. Damit kann die Haut vor der schädlichen Wirkung der freien Radikalen geschützt werden. Gleichzeitig reduziert die enthaltene Zitronensäure Hautflecken und Alterungszeichen, die bei Sonnenexposition oder durch Schadstoffe entstehen. Zitronensaft einer Zitrone 2 Esslöffel Honig 50 Gramm Wie wird die Gesichtsmaske hergestellt? Zitronensaft und Honig gut verrühren. Damit die Haut sanft massieren. Lasse die Maske anschließend 15 Minuten lang wirken und spüle sie dann ab. Wiederhole diese Behandlung dreimal in der Woche. Diese Maske darf nur am Abend verwendet werden, wenn man nicht mehr außer Haus muss. Zitrone kann nämlich bei Sonnenexposition genau die gegenteilige Wirkung erzielen und Hautflecken verursachen. Lesetipp Petersilie Naturprodukt gegen Hautflecken 2 Behandlung mit Papaya Die Papaya ist eine wichtige Quelle für Vitamine A, C und E. Außerdem enthält sie Enzyme und Antioxidantien, welche der Hautfeuchtigkeit spenden und sie verjüngen. Kleiner als 7.120.678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich App Binde Strich Größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich App 336 280 300 250 DIVGPTAD 1503391743112-0 Sertargeting Red Folz Sertargeting Section 4 Sertargeting URL 5 natürliche Behandlungen für eine junge Haut Sertargeting Topic Default Sertargeting Mafil Type Get MRFP Z-Clip Simpty Div True True Ad Service Google Tag Pubatz Google Tag Enabled Services Google Tag Display DIVGPTAD 1503391743112-0 Minus 0 kleiner als 7.120.678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich einmal eins Binde Strich größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 Besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich 1x1 1.1 1. DIVGPTAD 151 3094690767-0 Sertargeting Red Folz Sertargeting Section 4 Sertargeting URL 5 natürliche Behandlungen für eine junge Haut Sertargeting Topic Default Z-Targeting, Mafil-Type, GetMRFP, Z-Clip-Sempty-Diff, True, True, Ad-Service, Google Tag, Pubatz, Google Tag, Pubatz, Clip-Sempty-Diffs, Google Tag, Enabled Services, Google Tag, Display, D-I-V-G-P-T-A-D-1-5-1-3-0-9-4-6-9-0-7-6-7-0 Diese tropische Frucht zeichnet sich auch durch Alpha-Hydroxy-Säuren aus, die helfen, abgestorbene Hautschüppchen und Unreinheiten, die durch Umweltverschmutzung verursacht werden, zu beseitigen. Auch zur Behandlung von Akne und Hautreizungen eignet sich Papaya hervorragend. Auf die gründlich gereinigte Gesichtshaut auftragen, dabei eine leichte Massage durchführen. Lasse die Maske 15 Minuten lang wirken. Danach mit lauwarmem Wasser abspülen. Diese Behandlung empfiehlt sich zweimal in der Woche. Am besten wendest du sie vor der Nachtruhe an, damit sie auch noch im Schlaf wirken kann. 3. Behandlung mit Banane-Zitronensaft enthält 4 Vitamin C und wirkt stark antioxidativ. Damit kann die Haut vor der schädlichen Wirkung der freien Radikalen geschützt werden. Gleichzeitig reduziert die enthaltene Zitronensäure Hautflecken und Alterungszeichen, die bei Sonnenexposition oder durch Schadstoffe entstehen. Lesetipp Petersilie Naturprodukt gegen Hautflecken Die Papaya ist eine wichtige Quelle für Vitamin A, C und E. Außerdem enthält sie Enzyme und Antioxidantien, welche der Hautfeuchtigkeit spenden und sie verjüngen. Diese tropische Frucht zeichnet sich auch durch Alpha-Hydroxy-Säuren aus. Die helfen Abgestorbene Hautschüppchen und Unreinheiten, die durch Umweltverschmutzung verursacht werden, zu beseitigen. Auch zur Behandlung von Akne und Hautreizungen eignet sich Papaya hervorragend. Das Fruchtfleisch der Banane enthält Feuchtigkeit spendende und reparierende Wirkstoffe, die der Haut neuen Glanz und Vitalität verleihen. Die äußerliche Anwendung hilft bei kleinen Falten, die sich insbesondere im Augenbereich, am Hals und im Ausschnittbereich bilden. Meist landet die Schale der Orangen gleich im Müll. Doch sie enthält wertvolle essentielle Öle und Wirkstoffe. Die der Haut zugutekommen. In der Orangenschale sind auch Zitronensäure, Vitamin C und Antioxidantien zu finden. Welche oxidativen Stress reduzieren und kleine sonnenverursachte Hautflecken reduzieren können. Lesetipp Entgiftendes Mixgetränk mit Orangen, Karotten und Ingwer Die Avocado ist ein preiswertes Schönheitsmittel für eine junge, strahlende Haut. Die darin enthaltenen essentiellen Öle spenden der Haut Feuchtigkeit und gleichen den natürlichen pH-Wert aus. Avocado ist insbesondere für trockene, empfindliche Haut geeignet. Damit können Flecken und Narben reduziert werden. Auch oberflächliche Verbrennungen können mit dieser Frucht behandelt werden. Wie du sehen kannst, handelt es sich um wirksame Behandlungen, die man ganz einfach selbst zu Hause herstellen kann. Um die Haut zu schützen und zu pflegen. Verwende jene Masken, die dir am besten zu sagen und sei konstant. Um die gewünschten Ergebnisse in relativ kurzer Zeit zu erreichen. Lesetipp 8 Wichtige Vorzüge der Avocado 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.